Klopf, klopf! Bevor es im September losgeht, bin ich extra nochmal hergekommen. Zum Glück, mir stimmt so einiges nicht. Wir müssen echt aufpassen. Die haben hier Geheimcodes und schreiben Hafen mit V. Und auch der Dr. Meier, der Tourismuschef hier, der spielt ein doppeltes Spiel. Aus seinem Büro hier kann er direkt auf den neuen Hafen schauen. Und diesen neuen Hafen, den schreiben die mit F. Und aus seinem anderen Büro, da schaut der Dr. Meier auf denselben Hafen. In den Hafenwellen, die schreiben die hier mit V. Und der Dr. Meier, der heißt mit Vornamen Ralf mit genau. Die drehen hier wirklich komplett durch. Die schreiben Hafen mit V. Und dabei gehören die großen Häfen hier gar nicht zu Bremerhaven, sondern zur Stadt Bremen. Und damit zum Land Bremen. Hier stimmt echt was nicht. Selbst Fisch mit F, den machen die hier viereckig mit. Ihr wisst schon. Und hier im Klimahaus, da simulieren die Tag ein, Tag aus das Wetter. Simulieren, täuschen. Dabei haben die hier die weltbesten Klimaforscher. Vom A wie mit V, nicht mit V. Und noch so eine Ablenkung. Einen BH, den stellen die hier öffentlich aus. Den kann der Ralf sehen, wenn der hier mit seinem Riesenrad eine Runde dreht. Und da hinten, da stehen im Hafen die dicken Frachter mit F. Eins, das passt auf jeden Fall richtig gut zusammen. Die schreiben hier Hafen mit V, wie VDRJ. Wir sehen uns. Versprochen.